Aus gutem Grund. Unter diesem Motto findet 2018 die nächste Gesamttagung für Kindergottesdienst in Stuttgart statt. Gesamttagung, das heißt, alle paar Jahre treffen sich Mitarbeitende aus der Kirche mit Kindern, Haupt- und Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zu einem großen Fest mit Gottesdiensten, Bibelarbeiten und einem bunten Kulturprogramm. Und natürlich ist hier auch ein gutes Stück Fortbildung mit Arbeitsgruppen, Gesprächsrunden, Referaten und viel gegenseitigem Austausch. Dieses Jahr kann man ein ganz neues Format erleben mit sechs verschiedenen Zentren, von der Literatur über die Bibel bis zur Musik und zur Bewegung und der Natur. In diese unterschiedlichen Themen kann man eintauchen, selbst aktiv werden, zuhören, Fragen stellen. Diese Zentren finden vormittags statt, nachmittags kann man dann ein Thema in einer Arbeitsgruppe vertiefen. Auf der Gesamttagung sind auch internationale Experten mit zahlreichen Vorträgen zu Gast. Diese Wissensimpulse bieten eine große Fülle an Beiträgen rund um die Kirche, mit Kindern und darüber hinaus für die eigene Altersbewältigung und für Weiterentwicklung in ganz unterschiedlichen Kontexten. Diese Veranstaltungen finden großteils in der Liederhalle und im angrenzenden Hospitalfiertel statt. Auch den Kreativmarkt wird es an zentraler Stelle in der Liederhalle geben. Er bietet allen eine Plattform, Ideen und Methoden aus dem Kindergottesdienst mit anderen zu teilen. Wir sind stolz darauf, dass wir den Schauspieler Samuel Koch als Schirmherrn gewinnen konnten. Er wird auf der Gesamttagung auch live zu erleben sein. Wir freuen uns zum einen hier in Stuttgart dann zusammen sein zu können, unsere Erfahrungen Ihnen mitteilen zu können und von Ihren Erfahrungen lernen zu können. Ich hoffe und freue mich darauf, wenn junge Menschen motiviert werden, weiterhin ehrenamtlich in der Kinderkircharbeit tätig sein zu können oder wenn andere sich neu gewinnen lassen. Hoffentlich und ich bin mir sicher, werden es schöne Tage in Stuttgart. Das war es wieder. Vielen Dank.